Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Im heutigen Video möchte ich mit dir darüber sprechen. Sex und Gefühle, kann man das überhaupt voneinander trennen und wenn ja, wie kann das gelingen? Darum soll es im heutigen Video gehen, weil ich in meinen Beratungen immer wieder höre, gerade heute möchte sich keiner mehr festlegen. Freundschaft plus Polyamorie sind die Modelle, die momentan extrem viel Zulauf haben und wie es dir trotz aller Unverbindlichkeit, die du vielleicht als Single auf dem Datingmarkt erlebst, gelingen kann. Darum soll es im heutigen Video gehen. Bleib also dran, nach dem Intro geht es weiter. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Anziehend Ausziehend, der etwas andere Podcast für bewusstes Dating, Partnerschaft mit Tiefgang und erfüllte Sexualität. Wenn du das erste Mal hier auf meinem Kanal bist, sage ich herzlich Willkommen. Schön, dass du da bist. Natürlich auch für alle, die hier zum wiederholten Male dabei sind. Ich freue mich, dass dieser Kanal ständig wächst über jedes Like, über jeden Kommentar und auch jedes Abo. Also ein ganz dickes Danke an jeden hier. Es macht mir unglaublich viel Freude, mein Wissen und meine Impulse mit dir zu teilen. Mein Name ist Maike. Ich bin Kopf und Gründerin von Herzgeflüster Single Coaching, dem Betreiber dieses Podcasts und Kanals. Und meine Mission ist es dir, auf deinem Weg zurück in eine erfüllte Partnerschaft wieder den Spaß, die Klarheit und das Selbstvertrauen mitzugeben, damit du das gegen deinen Datefrust tauscht. Und wenn dir hier gefällt, was du siehst und hörst, dann freue ich mich, wenn du meinem Video ein Like schenkst, wenn du diesen Kanal abonnierst, um keine weiteren Videos und Tipps zu verpassen. Oder wenn du vielleicht auch in einem meiner Events und Angebote kommen magst, mehr zu meiner Arbeit, findest du im Infokasten verlinkt, wo ich dich gern unterstütze, dir die Abkürzung in eine glückliche, erfüllte Partnerschaft zu zeigen. Last but not least, kurze Info. Meine Videos sind alle geschlechterneutral. Ich spreche gleich aus der Sicht einer Frau, weil es für mich einfach einfacher ist als Frau. Dreh es dir einfach je nach sexueller Orientierung um. Hier ist jeder willkommen. Ja, ich mag das Gendern, nur nicht, dass du das weißt. Sex und Gefühle richtig trennen. Das ist so ein Thema, so ein Evergreen-Thema, was ich aus meiner Single-Zeit kenne, was ich aber auch immer wieder in meinen Beratungen erlebe. Vor dem Hintergrund, dass viele Singles, gerade wenn du schon länger unfreiwillig Solo bist, vielleicht stimmst du mir dazu, immer wieder feststellen, dass sich immer weniger Menschen festlegen wollen. Ja, aus der Angst heraus könnte ja noch jemand Besseres, jemand Passenderes vorbeikommen. Insbesondere, wenn du online auf Partnersuche bist, durch diese ständigen Neuzugänge wird ja auch quasi immer schön nachgeliefert an neuen Personen in deiner Region. Und das macht es ja so schwierig, sich festzulegen. Ja, weil Partnerschaft eingehen oder lassen wir mal die Partnerschaft erstmal raus. Also, jemanden kennenzulernen, sich mit jemandem zu beschäftigen, mit der Persönlichkeit, das bedingt ja die Entscheidung, ich fokussiere mich jetzt auf denjenigen. Und dabei ist es egal, ob du das auf eine Person machst, also exklusiv, oder ob du dir vielleicht am Anfang auch noch so ein bisschen die Hintertüren offen hältst und zwei, drei, vier Leute parallel datest, um einfach zu gucken, wer am besten zu dir passt. Und dann ist es natürlich so, dass viele sich einfach auch nicht binden wollen. Ja, dass ich immer wieder höre, es fing ja so toll an, aber als es dann enger wurde, als Gefühle auf einmal aufkamen, da war der Ofen dann aus. Und diese ganzen, ich nenne es mal unverbindlicheren Beziehungsmodelle, Freundschaft plus, Situationship, ja, auch so ein Buzzword, was du vielleicht schon mal gehört hast, offene Beziehungen, Polyamorie, das sind alles so Trends, die boomen seit längerem. Und das will ich auch gar nicht verurteilen, denn die haben auch durchaus ihre Berechtigung und die haben auch durchaus Vorzüge ohne Frage. Aber ich merke halt auch insbesondere in meinen Beratungen immer wieder, wie viele auch darunter leiden, eben weil sich niemand wirklich, festlegen möchte, weil Exklusivität Mangelware wird, weil Sex zum Konsumgut verkommt, ja, und wie gelingt es dir nun, das zu trennen? Fangen wir da mal an. Ganz wichtig ist natürlich, dass beide Absprachen treffen. Ja, was sich jeder vom anderen wünscht, was sich jeder vom anderen vorstellen kann, sprich, dass ihr ganz offen damit umgeht, welche Suchintentionen jeder verfolgt. Ob der eine vielleicht nur Liebe, Lust und Leidenschaft leben möchte, im Sinne von körperlicher Intimität, ja, ganz stark den Fokus auf die Sexualität legt, auf sich austoben, neue Dinge ausprobieren, sich selbst erfahren und so weiter. Ja, und der andere sucht, platt gesagt, vielleicht die Liebe des Lebens. Hat vielleicht auch schon so eine Vision von Heirat, Zusammenziehen, vielleicht Familienplanung und so weiter im Kopf. Und dann merkst du schon, das kollidiert natürlich. Ja, ich kann nicht auf der einen Seite, das wird nie funktionieren. Und deshalb ist es so wichtig, das auch ganz offen zu kommunizieren, was du suchst. Nun ist es nur so, dass Gefühle sich ja nicht planen und steuern lassen. Ja, und selbst wenn man am Anfang diese Absprache trifft, okay, zum Beispiel, wir leben jetzt eine Freundschaft plus, die Freundschaft mit dem berühmt-berüchtigten plus, ja, also plus körperliche Intimität, Sexualität auch inklusive, dann ist es ja doch so, dass über lang oder kurz einer von beiden mehr empfindet. Egal wie die Absprachen waren, ob es eine Freundschaft plus ist, ob es eine Fähre ist, ob ein One-Night-Stand ist oder ein Mehrfach-Stand, ja, wo ihr euch mehrfach getroffen habt. Du verstehst, was ich meine. Ganz oft ist es so, je öfter du jemandem begegnest, je mehr du Zeit miteinander verbringst, desto mehr ist die Gefahr, in Anführungsstrichen, da, dass auf einmal doch Emotionen aufkommen, dass einer von beiden mehr möchte und wie dann damit umgehen. Es gibt natürlich praktische Tipps, die ich dir jetzt auch kurz nennen werde, ja, dass du guckst, dass du da vielleicht eine gewisse Distanz warst für dich emotional wie räumlich, um einfach gar nicht so viel räumliche wie auch emotionale Nähe zuzulassen, weil das, was ja dann die Gefühle verursacht, ist ja die emotionale Nähe. So, und emotionale Nähe entsteht vor allen Dingen auch durch gemeinsame Zeit und durch ganz viel Kommunikation. Also Gespräche darüber, was vielleicht deine Träume sind, was deine Ziele sind, was du dir in der Partnerschaft wünschst, was ihr vielleicht gemeinsam nochmal erleben wollt. Ja, das sind alles so Punkte, wenn die immer und immer wieder auftauchen und man sich nicht ausschließlich über fetische, sexuelle Vorlieben, sondern auch darüber hinaus einfach als von Mensch zu Mensch sozusagen austauscht, dann ist es so, dass das irgendwann eine emotionale Nähe entsteht, je mehr ich von meinem Gegenüber erfahre, was der vielleicht für den Alltag hat, für Hobbys hat und was dem sonst noch so beschäftigt an Gedanken, Träumen und Zielen im Leben. Und das ist ganz wichtig. Und wenn du dem aus dem Weg gehen willst, dann bleibt dir eigentlich trotz aller Absprachen nur die folgende Möglichkeit, dass ihr euch weder bei dir noch bei ihm trefft, dass ihr versucht, einen neutralen Ort zu finden, wo ihr eure Treffen abhaltet. Das kann im Restaurant sein, das kann aber natürlich auch, wenn man intim werden möchte, im Hotel sein. Hier in Hamburg gibt es zum Beispiel auch so eine 1-Stunden-Hotel, wo man sich kurzfristig einmieten kann. Gibt es sicherlich auch noch in anderen großen deutschen Städten. Natürlich auch das klassische Hotel. Ja, also so, dass du in dem Sinne immer eine gewisse emotionale wie räumliche Distanz warst, indem du möglichst wenig von dir als Person preisgibst. Indem du wenig Informationen über dich teilst, über deinen Alltag teilst und denjenigen natürlich auch nicht in deinen Alltag eintrauchen lässt. Stichwort Besuch in deiner eigenen Wohnung. Dann gibt es natürlich auch noch so Sachen, keine Übernachtung, möglichst nicht Arm in Arm einschlafen. Ja, weil das sind ja alle so Sachen, die bauen einfach eine emotionale Nähe aus, wenn du das immer wieder mit jemandem praktizierst, gerade wenn es Übernachtungen sind. Ja, also wenn man eben viel gemeinsame Zeit praktiziert, wenn man im Grunde einen Paar ähnlich, seinen Alltag, seinen Tag, sein Wochenende, wann auch immer ihr euch drauf gestaltet. Also das könnten so Sachen sein, wo du eine gewisse Distanz einbaust. Das bewahrt dich aber natürlich am Ende nicht davor, dass nicht doch Gefühle entstehen. Auf der anderen Seite würde ich gerne einen Impuls mal einbringen. Nicht jeden, für den du Gefühle hast, ist es ja nicht immer gleich die große Liebe. Ja, also Gefühle zu haben, den anderen zu mögen und sich deswegen emotional und körperlich auch auf denjenigen einzulassen, ist ja nicht immer gleich mit Plänen wie Zusammenziehen, Partnerschaft, Heirat und so weiter verbunden. Stichwort Freundschaft plus ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Ja, ich kenne viele meiner Kunden, die sowas jahrelang betrieben haben, bis zu einem Punkt, wo es dann eben nicht mehr geht, wo es kippt, wo einer von beiden mehr empfindet. Und ich behaupte einfach mal, dass Mutter Natur das auch genauso eingebaut hat, ja, mit unserem Sexualtrieb, mit unserem Ure, mit ihrer, ja, mit unserer ureigenen Sehnsucht und ganz tiefen, ursprünglichen Sehnsucht im Nachankommen, nach Geborgenheit, nach Sicherheit, nach dem Wunsch, die Nummer eins für jemanden zu sein. Dass dieses ganze Casual-Ding, in welcher Form du das auch lebst, ja, völlig egal, ob einmalig als One-Night-Stand, unverbindliche Hotel-Dates oder aber auch als regelmäßige Affäre, Freundschaft plus, dass das nur eine Frage der Zeit ist, wann die Bombe explodiert und das Gleichgewicht trotz aller Absprachen einfach kippt und Gefühle ins Spiel kommen. Und ich kenne auch immer wieder Aussagen, das ist so der dritte Impuls, dass viele mir sagen, also außer ganz ohne Gefühle kann ich mich gar nicht auf jemanden körperlich intim einlassen. Ja, also sexuelle Anziehung, ja, die Optik, die optischen Reize, aber ich muss mich ja auch mit demjenigen wohlfühlen. Ich muss mich fallen lassen können, ich muss mich öffnen können, ich muss demjenigen vertrauen können. Kurzum, ich muss mich wohlfühlen in dessen Nähe. So, denn seien wir mal ganz ehrlich, wenn ich jemanden nur auf Sex reduziere, in Anführungsstrichen, dann reduziere ich ihn ja und benutze ihn ja zu meinen Zwecken, nämlich zum Zweck der Triebbefriedigung, mal ganz platt formuliert. Und dann frag dich mal, ob du auch so behandelt werden möchtest. Denn ich unterschreibe mal und behaupte mal eine steile These, dass niemand, wenn du mal ganz ehrlich bist, Hand aufs Herz, und davon musst du mir nicht erzählen und auch nicht deinen besten Freunden, sich jeder doch im Endeffekt wünscht, so geliebt zu werden, wie er oder sie ist. Oder? Wir wünschen uns doch alle, geliebt zu werden, so wie wir sind und für unsere Selbstwillen und nicht, weil wir einen tollen Körper haben, große Brüste oder was auch immer. Und deshalb sei dir dessen bewusst, also mach dir vorher klar, wenn du auf Partnersuche gehst, egal ob du auf klassischen Dating-Apps unterwegs bist, ob du im realen Leben Leute triffst, ob du dich vielleicht aber auch insbesondere auf Erotikportalen anmeldest, um eben deine Lust leben zu können, auch als Single, dann mach dir das vorher bewusst, wie gehe ich damit um? Wenn auf einmal doch jemand von uns mehr empfindet, egal ob ich das bin oder mein Gegenüber. Denn ganz ehrlich, selbst wenn du diejenige bist, die vielleicht weniger empfindet, dann ist es auch für dich, kann ich dir garantieren, kein gutes Gefühl, den anderen leidend zu sehen. Und dann ist es wirklich ratsam, die Reißleine zu ziehen und getrennte Wege zu gehen, bevor sich da beide selbst zermürgen. Der eine, weil er sein Bedürfnis nach mehr emotionaler Nähe und vielleicht einer exklusiven, langfristigen Partnerschaft nicht gestillt bekommt. und der andere, weil er sich vielleicht schäbig fühlt, den anderen zu benutzen. Egal wie toll und genial und galaktisch euer Sex sein mag, aber passt da gut auf dich auf. Und ich rate immer, wenn du für dich das Gefühl hast, es fängt an weh zu tun. Ja, wenn du also merkst, wenn du Nähe und Aufmerksamkeit und Zeit jemandem schenkst und es fängt an weh zu tun, dann gibst du zu viel davon der falschen Person. Und dann zieh bitte die Reißleine und geh. So hart das vielleicht auch ist und ich weiß, viele Single schrecken davor zurück, weil dann bin ich ja wieder alleine, dann muss ich vielleicht auch wieder auf meine geliebte Intimität verzichten. Aber ganz ehrlich, ist es dir der Preis wert, daran zugrunde zu gehen. Dann such dir doch lieber jemanden, der ähnliche Ziele verfolgt. Das war mein Appell. Also du siehst, es ist nicht ganz einfach. Wie gesagt, versuch gerne eine Distanz einzubauen, indem du möglichst wenig von dir teilst, indem eure Treffen sehr fokussiert sind. Wenn du wirklich nur körperliche Intimität leben willst, indem du eben dein Gegenüber nicht in deinen Freundeskreis und deinen Alltag mit involvierst, indem möglichst neutrale Orte gewählt werden und so weiter. Aber mach dir das klar und vor allen Dingen sei fair dir selbst und deinem Gegenüber gegenüber und kommuniziere von Anfang an, was du suchst. Und auch wenn du merkst, es kippt, such die Kommunikation. Kommunikation ist eine Wunderwaffe in jedem Miteinander, weil weder du noch dein Gegenüber hat es verdient, sich unnötig zu verletzen. Genau, das waren jetzt ein paar Impulse zu dem Thema. Da könnte ich natürlich noch eine ganze Stunde zu reden. Ich möchte deine Zeit aber nicht überstrapazieren. Ich freue mich, wie gesagt, wenn du mich im Kommentar mal wissen lässt, wie du das so handhabst. Würde mich sehr freuen. Ansonsten sage ich danke für deine Zeit. Danke fürs Zuschauen und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es heißt Auf die Liebe, weil du es dir wert bist. Maike Ich hoffe, ich hoffe, es ist eine Wunderwaffe. Ich hoffe,